ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu lebend für spetite wir machen heute weiter mit dem griften würde ich sagen dazu brauchen wir ein anderes auto das ist ganz klar so die kopf könnte jetzt gerade mal ein bisschen ignorieren weil wie gesagt die kann man ja tagsüber kann man so locker bestechen doch immer den deutsch und dann gehen wir rein und zwar heißt es dürfte 30.000 dahinter nach 35000 aber ich bin jetzt schaffst du mit einem schöpfen arbeit aber ich denke dass wir Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 dafür gibt es meine 21.000 und hier müssen wir 45.000 und hier müssen wir Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Aber da war doch auch so, dass wir da sind. Ja, also wenn ich ehrlich bin, die sind 2000, die wir jetzt noch fehlen, die kriegen wir hin. Zack, alle Licht. Ich weiß, was das steht im Moment. Eine Aufgabe jedenfalls erfüllt. Das ist nicht, aber nicht die nächste. Das war's. Ich nehme nochmal 2.000 mit. Und dann haben wir's geschafft. 56.564 Punkte, aber eigentlich 45.000 hätten wir haben müssen. Und diese 21.200 nehmen wir gerne mit. Dann haben wir wieder 40, 30, 40.000, ja? Haben wir dann nicht haben, ne? So, dann die Folge wird sonst kurz ein bisschen zu kurz wäre. Sonst würde ich sagen, wir fangen mal kurz im Autohändler und gucken wir mal, ob wir uns noch ein Auto leisten können. Bzw. was wir uns leisten können. So. Wir haben jetzt 379.000. Und ich guck mal, ob wir so ein bisschen von... Wir haben jetzt über 300 mit dem Skyline. Klar, Ferrari können uns ohne Probleme leisten. Wollen wir das? Ja, mal gucken. Ich hatte den S-Martin. Hier sind auch noch Fahrzeuge. Komm jetzt hinter der 1. Ferrari 488. Würde erreichen wir noch Level 32. Die hätten wir fast bei. Die Frage ist, was wäre der größten? Okay, dass sie so... Was zur Fahrzeuge bringen würden. Wenn ich jetzt mal der 95 Lamborghini habe erkenne, würde noch von der Stinkswerke bezahlen, äh, locker zahlen können. Da hätten wir immer noch 500.000 alleine mit dem Motor umzubauen. Da hätten wir einfach mehr als der Skyline. Hm. 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 Ich bin gerade nicht über den Gedanken am Spielen. Ich bin gerade nicht über den Gedanke am Spielen. Ich bin in den Hunde. Ja, komm, wir sind zu weit. Wir machen es. Cool aber. Holen wir uns in den Lamm. Und bauen den Wagen schon mal auf. So, dann gehen wir kurz zur Garage und tunen die Karinat. Dann hätten wir nämlich bis hin. So. Was macht ein Auto wie das an einem Ort wie dem hier? Hm. So. Leistungstechnik. Alles super plus, ne? Ja. Gut. Dann. Hauen wir einen Kompressor rein. Mal. peeking Fahrwerk. Greifen. gut okay immer eine reparation gibt klar rein nehmen wir ein so ob die karosserie klar fenster erst mal tönen system ein damit viele optik haben wir gar nicht reintunen oder habe ich das was man nicht ich befürchte dass wir die gerade euch lassen müssen bremzettel das ist klar keiner mit bremsscheiben rein damit tatsächlich fünf an den links gibt es nicht hintergrund sofort da wollte ich was bieten wollte sie war auch der 319 auf der karte drauf die community wird die so haben ich fänge sie gar nicht aus was der da drauf wird mal die diese ganz kurz damit ist auch mal feiern wir sind der nächsten folge wieder bei letztlich was wir die du da probier mal sondern es ist auch der mal auf der strecke und warte mal ich kann genau machen so effekte ich habe kein grünes pulsnäher ne ja dann aber das hier ist cooler bisschen nur Föderung passt so ich weiß keine karne der karosserie leider nicht zu machen und dafür ist auch mal feiern wir sind allerdings sofort wieder und er geht weiter mit etwas bietet und ja dann probieren wir da auch tatsächlich von hause ohne bis dann tschüss